Glaubst du, du kriegst die Namen in die richtige Reihenfolge? Deswegen die Banane. Boah, ist schwierig. Ich schaff das nicht. Spiel's mal ab. Little bit of Monica. Erika oder Jessica danach. Es hilft auch, wenn du mitsingst. Ich glaube, das hilft richtig. Aber was drauf? Violeta einmal. Sarah nicht. Anna, Sandra. Maya sind wir auch nicht. Sandra auch nicht. Okay, das ist unsere finale Antwort. Finale. Zwei falsch, ist auch ganz gut. Tina da drin. So, würde ich sagen. Das war voll gut. Cool. Ja. Cool. Cool. Entbar. Das wär gut. findig. Vielen Dank.